Hallo, weint es Forrest? Ich habe die Regeln? Ja, das ist ein guter Ende. Habe ich auch gehört gemacht. Alter, komm, wir müssen den fertig machen. Wie viele sind das? Zwei. Einer deiner, einer meiner. Komm, greif mich an, komm. Haha, die haben keine Chance gegen uns. Oh, Alter, das war voll gele... Oh, die gehen beide auf dich. Stirb. Einer ist weg. Wie ist das aus? Komm, schau mal zu mir. Schau mal zu mir, schau mal zu mir. Uiuiui, mein Glüter. Ich geh mal nur auf Numbers. Ich geh mal, die immer wieder aufstehen. Hey, wir könnten ein paar Knochen machen. Das ist eine gute Idee. Ja, ähm... Mach an, mach an, mach an. Burn, burn, burn. Burn, burn, burn. On the fire. So, ich... ...hack mal weiter. Holz holen, ja. Ja. Wo war ich denn stehen geblieben? Nein, ich hab doch jetzt nicht mein Ding. Bei dem Baum. Na gut, das ist okay. Kann es sein, dass du jetzt, äh, Bäume gefällt hast? Und nichts aufgehoben hast? Ja. Ah, okay. Da liegen überall jetzt so ein paar... Ja, das ist gut. Wir können auch machen, dass eine die ganze Zeit fällt und der andere die ganze Zeit hinbringt. Können wir auch machen, ja. Ja. Du hast doch eine Lücke, verdammt! Ach, fü- Man steht direkt vor der Lücke und der Schuh zu ganz vorne. Ja, ich mein's, ja. Man ist ganz ehrlich. Das ist... Die Ausdauer, die ist echt bissl wenig. Obwohl wir eigentlich überhaupt kein Menschenfleisch aus essen, ne? Ja gut, aber der Sprinter dabei... Ich sprinte aber auch rund um die Uhr, ne? Ja, ich auch. Ja gut. Also gut, das ist schon... Ja, nein. Ich hör's schon wieder. Ich hör's schon wieder. Ich auch. Wir kommen einfach nicht voran. Ja, aber das Schlimme ist, das hätten wir alles am Anfang gleich machen sollen. In den ersten paar Tagen so richtig Hardcore bauen. Oh! Du Bitch, oder Schlampe. Oh, ja. Oh, sie atmet noch. Stirb. Oh, oh, ich hör's ja. Ich hör' ihn. Hey, das kann man nicht seit Tagsüber jetzt. Oh, ne, das ist ein starker. Ach, so stark ist der auch wieder nicht. Oder ein stärkerer, sag' wir mal so. Du blödes Gesicht. So. Aber ich glaub' die Axt ist immer noch irgendwie die beste Waffe gegen die. Weil mein, mein verstärktes Stick sag' ich mal, der ist, ja, schon ordentlich. Der ist wachsamer. Von Waffen her, da hab' ich ja eigentlich diese Keule. Also der, der Schaden, der ist schon um einiges höher als wie bei einem Ding. Und auch das Blocken ist um einiges besser. Nur der, nur die Geschwindigkeit ist halt extrem. Ja. Ja, langsam. Ich brauch' paar Bounce, Bounce, Bounce. Alter, wir müssen echt schon weit laufen für die Scheiß bei mir. Ja, schon ein Stück mehr. Bounce, Bounce, Bounce. Wir müssen weiter machen, müssen wir die Fallen irgendwo anders hin haben. Ja, ich baue mir jetzt auch noch mal schnell kurz. Die Rüstung ein bisschen weiter. Weil kann ja nicht schaden. Hast du noch Bounce, hast du noch ne Leiche? Fünf, sechs. Eins, zwei, drei. Ja. Hup. Move. Ah, ich hab' noch. Ah. Eins, zwei, drei. Hup. Jetzt müsstest du auch mal den toten Schädel in meinem Gesicht sehen. Wir. Wir. Oder? Hallo. Alter, ist richtig geil aus. Wie schau' ich jetzt aus? Ich hab' jetzt noch mal Rüstung an mir. Ähm, ja, du hast ohne an den Füßen was. Ah, okay. Das sieht irgendwie richtig cool aus. Kann das ja, dass man langsam ist mit der Rüstung? Hm, ich weiß es nicht. Ich glaub's nicht. Da ist noch ein... Wie kommt's? Äh, gut. Vielleicht kommt's mir nur so vor. Alter. Ich dachte schon wieder, ey. Das kann man nicht. Oh Gott, Alter. Immer wenn ich hinsprinte, da hab' ich schon gar keine Ausnahme mehr zum Holz fehlen. Ja, ist wirklich so. 100. Oh Gott. Also das heißt eigentlich noch... Pro Baum sind's immer... 3, 4 oder 5. Ja, 4, 5. 3 hab' ich selten erwischt erlebt. Ja, brauchen wir noch ein paar Bäume. Baum zu öffnen, komm schon. Oh. Vielleicht wär' dieser Wagen jetzt... Na gut, obwohl... Der Wald ist noch relativ nah. Brauchen wir nicht. Ja, noch nicht. Sparen wir lieber das Holz. Gut, das wären nur Sticks, aber... Trotzdem. Eher nicht. Noch nicht. Davon haben wir jetzt eher keine Zeit, weil wir uns beschäftigen uns wieder mit dem Wagen und... Ja. Müssen echt die Defensive Voll zu Ende bringen. Unbedingt. Das Bett haben wir schon. Wir sind schon mal ein bisschen näher. Wie viele folgen wir eigentlich damit... Verschwenden, sag ich mal ein scheiß Bett zu bauen? Ja. Bisschen Mauer. Das ist krass. Ja gut, aber Hasen zu erwischen ist echt nicht leicht irgendwie. Ja. Das stimmt schon, ja. Wenn du die Fall... Also ich find... Ich glaub, bei der richtigen Location vielleicht, kannst du ähm... Ordentlich Hasen fangen. Ne, mit so einer Hasenfalle. Ja. Aber bei uns waren ja kaum Hasen, ne? Also da war ja kaum jemand. Aber kann das sein, dass man vielleicht, wenn man jetzt äh... Knochen äh... Rüstung mit... Sag ich mal, ich glaub mit Hasenfälle oder so kombiniert, dass man dann... Ne Rüstung hat, die einiges aushält, aber auch man... Von der äh... Kälte geschützt ist? Ob man irgendwie kombinieren kann? Glaub ich nicht, aber... Da werden Hasen. Ne, das ist kein Hasen. Glaub ich. Also Hase ist echt Mangelware hier. Oh ne, das muss nicht sein, oder? Oh nein. Ich hab doch jetzt keine Ausdauer, verdammte Krone. Ja, bin ich hier. Ey, ha, Gott sei. Ja, komm ein bisschen weg von unserer Wall, komm... Komm mal ein bisschen nach hinten. Sonst machen wir die gleich wieder kaputt. Komm mal hinter, du Bastard. Ja, genau, so ist man. Mann, ist der schnell. Ja, der ist voll zum Kotzen, ne? Meine Güte. Komm, beide Seiten, da schafft das einfach nicht. Yeah, Knochen. Yeah, Knochen. Es wird schon wieder dunkel. Nein, nicht dein Ernst. Oh, Gottes Willen. Ja, wir haben ja jetzt ein Bett, ne? Ja, stimmt, ja. Könntest du jetzt theoretisch schon schlafen? Ja, aber ich will's noch nicht resieren. Will's so spät wie möglich, weil dann ist es so hell wie... Sehr hell, weil... Äh... Also... Ich mein, ich weiß nur, ob's schon gehen würde. Ja, bestimmt. Ja, ja. Ja, klar. Aber ich würde noch ein bisschen warten, bis es ganz dunkel ist. Ja. Vielleicht kannst du noch zwei, drei Loks holen oder so, und ich warte schon auf die Knochen und dann... Weil wenn wir jetzt schlafen gehen, kann ich mir vorstellen, jetzt ist es vielleicht so, keine Ahnung, sechs Uhr abends vielleicht, und ähm, dann stehen wir vielleicht mitten in der Nacht auf. Das wäre scheiße, weißt du? Ach so, ja, wenn es natürlich so ist, dann wäre ich schlecht. Ich muss einen Baum führen. Was? Es schreckt mich doch nicht so. Ach, das ist nur ein Stick. Inventory? Hm... Alter, das ist krass. Das verwirrt mich manchmal, ey. Manchmal echt, dass da einer steht. Oh. Jawoll. Ich habe jetzt keinen Ast zu haben, ey. Oh. Ich habe jetzt keinen Ast zu haben, ey. Kommt wer? Oh. Das atmen, ey. Es ist... Ach Gott, zack. Richtig grausam, ey. Kommt da wer, oder wie? Warum nicht sicher? Warte, ich mach mal ein bisschen Licht an hier. Oder vielleicht Licht auslösen? Hey, sag mal, ich habe doch so viele Bäume gefällt, hier müssen doch noch irgendwo welche liegen, Alter. Du hast doch schon alle geholt. Ich habe schon alle geholt. Ja gut, Baum fällt. Nein, nicht in die Richtung. Oh. Du hast schon gerade... Hey. Du hast mich gerade beide weggeschnappt. Und ich darf wieder reinlaufen, du blöder Sack. Tja, tja. Ich bin jetzt... Ich bin jetzt... Ich bin jetzt... Ich bin jetzt... Ja, ich auch nicht. Ja, jetzt können wir jetzt schlafen. Jetzt ist schon stockfinster. Jetzt habe ich gemeint, dass wir ein bisschen noch warten, so wie jetzt. Ja. Ja. So. Also von der Seite sind wir eigentlich schon relativ geschützt. Naja, jetzt können die echt nur noch eigentlich... Vielleicht haben wir ja Glück und die sterben dann, weil die da runterfliegen oder so. Bald haben wir es eh. Gucken wir nur noch 83. Oho. Geht ruckzuck. Naja, bald. Aber, warte, ich speicher schnell. Kann es sein, dass das Wasser ein bisschen überkocht? Hm. Ich habe keine Ahnung. Wurscht. Kann es... Warte, ich nehme mal einen Schluck. Einen Schluck? Du seufzt ja gar nicht alles aus. So. Achso, okay. So ein ganzer Topf einfach. Na gut. Na gut, ähm... Speichern und schlafen. Ach, wir haben endlich das Bett. Jaa. Jawohl. Es wird doch Zeit. Wie, das geht kaputt. Boah, wenn du einmal draufholtst, aus Versehen oder so. Ey, Vogel, kommt her. Ey, du musst noch mal draufdrücken. Oh, ich habe noch gar nicht draufgedrückt gehabt. Achso. Warte. Du musst dann immer noch aufs Bett draufschauen, weil sonst löscht sich das wieder der Andruck. Oh. Ah. Oh, jetzt ist der Vogel da. Na gut, ähm... Ich würde sagen... Folgen? Ich weiß nicht ganz genau, aber... Ich glaube, das ist auch schon wieder Folgenende. Ja, ich glaube, solange... Wir müssten echt mal die... Uhr im Auge behalten, ein bisschen. Warte, ich repariere hier noch ein bisschen die Mauer. Ist hier noch irgendwas. Hier noch. Bam. So. Ich hole mal das Brot noch rein und dann... Ich will noch schon das Fleisch dahin hängen. So. Ich habe noch ein bisschen Fleisch hier. Nein. Ja, gut. Dann... Ja. Wieder danke fürs Zuschauen. Dann sieht man sich wieder hoffentlich bei der nächsten Folge. Ciao. 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 Ciao.